so hallo und herzlich willkommen neues video ich bin auf ein spiel gestoßen das ist schon seit längerer zeit wohl gibt stalker online bin jetzt durch ein bericht von survive dis darauf aufmerksam geworden und habe mir gedacht okay stalker da werde ich immer gleich hellhörig mein bruder ist auch ein riesen stalker fan und habe mir mal angefangen das anzuschauen und will euch möglichst viele informationen dazu geben bis dorthin wo ihr wie ihr spielen könnt also wie es installieren können wir euch registrieren könnt auf der seite das ganze ist bei steam wird es verfügbar sein ab 15 oktober über steam early access natürlich hier gibt es auch ein trailer dann schauen wir uns gleich zusammen an hier ist die seite von dem hersteller stalker punkt so hier oben könnt ihr es dann auf englisch umstellen wenn ihr kyrillisch nicht mächtig seid könnt ihr eben umschauen forum ist russisch bis auf einen kleinen teil da gibt es einen kleinen englischen teil müsste ein bisschen runter scrollen ihr müsst euch zum spielen wenn das vorab jetzt spielen wollt ohne steam müsst ihr euch auf der seite registrieren das heißt ihr geht hier oben hoch wo ich jetzt wo jetzt mein login ist und geht auf registrieren dann müsst ihr dann im ersten feld eure handy nummer eingeben davor germany aussuchen also plus 49 handy nummer ist pflicht also wenn ihr eure handy nummer nicht offenlegen wollt braucht das gar nicht versuchen dann müsst ihr auf steam warten da wird es mit sicherheit dann keine pflicht mehr sein vermutlich dann müsst ihr euren nickname angeben eure geburtsdatum natürlich e mail adresse und hier ist jetzt wichtig zu achten ich habe es jetzt getestet mit einer web de e mail und gmx die gehören ja zusammen haben die blockieren wohl direkt beide diese e mail adresse also diese russische e mail die dann kommt die kommt einfach nicht an also die landet auch nicht im spam ordner oder sonst was die wird vermutlich direkt blockiert ich habe es ein paar mal probiert funktioniert nicht habe auch wirklich zwei drei tage darauf gewartet funktioniert nicht ich habe es jetzt mit einer anderen e mail adresse versucht und da ging es dann instant also wirklich die kam innerhalb von einer minute die e mail so wie es eben normal sein sollte genau also wichtig web de in gmx weiß ich sicher dass es nicht geht wenn ihr keine e mail adresse bekommt und die auch nicht im spam ordner sein sollte müsst ihr eben eine anderen web provider e mail erstellen oder wie auch immer was eben bereit seid zu tun um das game zu spielen so das erste troubleshooting dann müsst ihr alle daten eben eingeben frage unten eben die agbs bestätigen dann geht ihr auf erstellen und dann schickt ihr euch per sms ein code der kommt auch sofort als er kommt innerhalb von ein paar sekunden die nummer gebt ihr dann ein und klickt auf den unteren link wo drauf steht eben account erstellen oder akzeptieren durchführen also dass da drüber steht zum kleinen account da und da kann man sich den link dann noch mal zu schicken lassen ist aber eigentlich soweit selbsterklärend also müsst auf den unteren einfach die die bestätigung also den account erstellen einfach das ist ja selbsterklärend des weiteren dann kommt bekommt ihr die innerhalb von einer minute oder zwei minuten solltet ihr die e mail e mail haben da müsst ihr dann drauf drücken zum bestätigen das problem ist bei der sache wenn ihr quasi die e mail nicht bekommt wie es jetzt bei mir war dann könnt ihr euch nirgends einloggen ihr könnt euch nicht im support melden ihr könnt nicht im forum anmelden weil eben euer konto nicht aktiviert ist durch die e mail bestätigung und sobald er das gemacht hat beziehungsweise parallel dazu könnt ihr auch schon hier auf download gehen ladet euch hier den downloader runter installiert den auf dem rechner das ist dann ein eben der downloader und installer müsst ihr auch zulassen natürlich checkt dass eure firewall das nicht blockt und dann startet ihr den downloader wenn der gestartet ist lädt er automatisch das spiel herunter bis ihr es dann spielen könnt könnt aber dann natürlich erst spielen wenn ihr euch auch auf der seite eben registriert habt so wenn ihr das dann gedownloadet habt der downloader alles runtergeladen dann sieht es nachher bei euch so aus ja startet es und ihr könnt ihr auf play gehen müsst euch natürlich auf der webseite eben einen account erstellt haben und den per e mail auch erst aktiviert haben dann könnt ihr spielen alles weitere wie dann funktioniert oder wenn ihr weitere fragen habt schreibt es auf jeden fall in die kommentare wenn euch erstmal mehr das spiel interessiert bevor ihr das alles macht oder generell auf den 15 10 warten wollt könnt ihr natürlich gerne auch das andere video anschauen wo ich ein bisschen auf die spielinhalte und den trailer eingehe wo wir uns auch zusammen den trailer anschauen und ja wenn ihr gespannt darauf seid so gespannt wie ich auf stalker online dann gebt auf jeden fall daumen hoch abonniert auch gerne den kanal bleibt dabei und dann sage ich vielen dank fürs anschalten und bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal